Hallo Leute, wir kommen zu einem Q-Man Set und zwar im Grunde genommen das erste Q-Man Set, was ich baue. Wahnsinn, ich habe zwar Entleiten gebaut, aber Q-Man noch nicht und auch demnach die neue Minifigur noch gar nicht kennengelernt. 1921, 227 Teile, alles auf Chinesisch hier drauf, Wildlife Riscal, hier steht Battle Force drauf, die Affenjagd mit einem Halbkettenfahrzeug, so heißt es im Deutschen. Und auf der Rückseite haben wir noch hier irgendwie so ein Netzwerftteil, soll hier dabei sein, mal gucken wie was das taucht. Und wohl zwei Minifiguren und einen Affen. Hier ist alles auf Chinesisch. Gekauft habe ich das bei, jetzt will ich gerade überlegen, ach ja, bei Tims Klemmbauschneinladen. Richtig. Verlinke ich euch unten rein und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen den Karton auf. Hier sind zwei Klebestreifen. Dann schauen wir mal, wie es aussieht drin. So. Und dann würde ich mal sagen, jetzt könnte es einen Tick lauter werden, wenn ich das auskippe. Anleitung ist aber ziemlich verklettert. Die ist hier nicht so schön drin gewesen. Wunderbar. Ja, vorne das gleiche drauf. Hier hinten noch ein paar mehr Sets. Wir haben insgesamt zwei Bauabschnitte anscheinend und mit B24 endet das auf Seite 22. Na gut, sind ja auch nur 211 Teile und dann sogar zwei Bauabschnitte. Krass. Hier haben wir verkündeten Aufkleber drin. Gerade der ist natürlich an der Stelle auch gekleckt. Aber das Netz auch. Ja. Warum das wohl passiert ist in der Packung? Hätten sie sich mehr Mühe geben können beim Einpacken. Bauabschnitt 2. Bauabschnitt 1. Gut. Dann würde ich mal sagen, verteile ich kurz die Tüten. Fangen zu bauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Und wir haben erst mal die ersten Schritte, bevor wir im Normalset anfangen, gebaut. Nämlich die beiden Figuren, den Affen und den Motorrad. So. Die Figuren. Hier haben wir den Polizisten. Sieht so aus. Die Beine sind sehr Lego-ähnlich. Oberkörper so grundsätzlich auch. Der Kopf weicht aber komplett ab. Die Arme sind auch, glaube ich, ein bisschen anders geformt. Die Hände auch. Und beim Kopf, ich mach das mal eben. Oh Gott. Entschuldigt. Da haben wir eine Stange. Die stecken wir in den Oberkörper rein. Die guckt hier raus. Der Kopf so aus. Der war sehr fest. Deswegen habe ich da eben gegen gestoßen. Und der kommt dann hier rauf. In diese dicken Köpfe. Die Bubbleheads. Wie man das schon fast nennen kann. Ich finde sie ganz witzig. Er hier. Der Bösewicht. Der sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Frankensteins Monster. Hier mit der Habe und dem Pflaster und was weiß nicht alles. Das hier ist eine Kopfbedeckung. Also da ist hier vorne der Rest von der freien Stern sozusagen aufgedruckt. Und dann kommt das Ding oben drauf. Rückseite ist bei ihm nicht bedruckt. Beim Polizisten war sie bedruckt, glaube ich. Genau da sind hier auf der Rückseite die Hosenträger. Gut. Ja. Eine Maschinenpistole hat der Polizist. Dann haben wir hier den Affen. Und das ist ganz witzig geworden, finde ich. Er hat hier am Unterkörper eine Noppe. Wenn man die Beine ganz wegklappt und die Beine ganz nach vorne, kann man ihn dann auf eine Noppe raufsetzen. Also auf eine Plate nicht. Da geht das nicht. Das kann nur eine erhöhte Noppe sein. Habe ich jetzt gerade nicht riffbereit. Ne. Habe ich nirgends hier bei den Teilen dabei. Bisher glaube ich. Aber gut. Das ist der. Und dann haben wir hier das Motorrad. Das finde ich ziemlich cool. Na gut, es sind nur drei Teile. Oder fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs. Entschuldigung. Das Blaue wird auf die Silber draufgesteckt. Hier sind zwei Zielklemms auf jeder Seite, wo es eingerastet wird. Dann kommen die Reifen auf die Felgen drauf. Werden eingehakt. Und dann haben wir sozusagen das Motorrad. Da kann er so draufstehen. einen Moment. Gucken wir mal, ob er auch die Arme, die ran kriegt. Ja, dann steht er aber nicht ganz unten drauf, wenn man die Hände ran macht. Aber es geht. Und er steht. Wir haben aber keinen Ständer für das Motorrad. Man könnte hier unten irgendwo eine Achse reinstecken, aber ich sehe jetzt keinen, der ist in der Anleitung nicht angeben. Okay, dann mache ich jetzt weiter mit dem Set selbst. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben jetzt Schritt 5 gebaut. Und das fingen wir eben schon beim vorigen Schritt auf. Also, erst mal das haben wir gebaut. Hier mal Fass angestellt. Hier den Baumanfang. Aber was ich irgendwie merkwürdig finde, die Teilequalität. Die Teile sind ziemlich knarzig. Das kann ich von der Vorher von Vorfirma entleiten nicht. Hier hört mal her. Ich weiß nicht, ob das so kommt. Ich setze mal ein 1x2 und das hier ist so ein Eckstein. Das klingt. Die gehen auch recht schwer aufeinander. Und dann jetzt den hier. Das ist irgendwie sehr klar. Ich finde, ich kann es nicht anders erklären. Also, die gehen nicht so butterweich zusammen, wie ich das gewohnt bin von anderen Herstellern. Also, da ist Sembo, auf jeden Fall das Set, das ich gestern gebaut habe, also das letzte mit dem Mac Anthem. Das war nicht so klartzig. Also bei den normalen Steinen. Wäre jetzt gerade ein bisschen verwundert, weil eigentlich Q-Man ja mit die beste Steinequalität haben soll. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade Pech mit dem ersten paar Steinen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. So, der erste Teil mit dem Baum ist fertig. Er sieht so ganz witzig aus hier mit den Ranken nach unten und den Blätterteilen. Aber, ich mache das nochmal. Sehr klartzig. Den kenne ich überhaupt nicht. Also, so eine klartige Steine hatte ich noch nie. Noch nicht mehr von den schlechten Herstellern. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Aber machen wir weiter mit dem Fahrzeug. Mal sehen, ob es besser wird. So, Schritt 5 ist jetzt erreicht vom Fahrzeug. Und die Steine sind anders. Die klartzen nicht. Also, wenn ihr mal guckt. Hier. Einmal 2er. Hier drauf. Da klartzt nichts. Das sind echt diese Baumteile, die so klartzen. Ich kann hier auch drehen. Da klartzt nichts. Hier dagegen. Ja, das ist schon ein gravierender Unterschied. Also, die Teile sind ok. Sind recht scharfkantig. Das muss man sagen. Hier an den Kanten. Sind die schärfer als manch anderer. Das auf jeden Fall. Ok. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall hier unten eine Platte reingesetzt. Dann haben wir hier diese Achsenteile reingesetzt. Eine große schwarze drüber. Hier vorne haben wir einen Stein reingesetzt. Mit einem Loch. Wahrscheinlich auch für eine Achse. Und schon mal ein bisschen angefangen zu bauen. Ob das hier hinten die Auspuffe sind. Auspuffs. Ähm. Gucken wir mal. Und dann geht es jetzt weiter mit Schritt 6. So. Wir haben Schritt 10 gebaut. Und so sieht es jetzt aus. Beiden Seiten haben wir jetzt hier noch 2 mal Löcher. Hier oben. Auch nochmal Sachen zu anhängen. Und dann haben wir hier aufgebaut. Hier vorne mit Grau. Hier Orange. Und hier ähm. Gelbe durchsichtige. Hier noch Seatclams. Also eine 1x2er. Mit einer Seatclam auf der einen Seite. Hier in so eine Kupplung noch herangesetzt. Und ähm. Ja. So sieht es bisher aus. Stabil ist es. Ähm. Aber eben scharfkantiger als manch anderer. Ähm. Und es kommen mir recht leicht vor. Ich weiß auch nicht. Kann ich schlecht gerade sagen. Aber irgendwie leichter als sonst. Also so gefühlt. Ähm. Kommen mir die Steine leichter vor als Kobi Steine. Also ich weiß nicht. Kann man immer schlecht vergleichen. Aber da müsste man wirklich den gleichen Stein nehmen und wiegen. Aber gut. Ich mache weiter. Und dann sehen wir uns irgendwann demnächst wieder. So. Bauabschnitt 1 ist fertig geworden. Mit Schritt 14. Wir haben auch alle Aufkleber verklebt. Drei Stück an der Zahl. Hier so eine Camouflage. Und hier ein Camouflageaufkleber. Und hier die Setnummer 1921. Damit auch jeder weiß, wenn er das Set in der Hand hat. Wer ist, war das? Ah. Setnummer 1921. Ähm. Ansonsten hier haben wir diese Klappe hier angebracht. Hier vorne die Front aufgebaut. Hier überall noch an den Seiten überbaut. Das Schrägteil dran. Das Lenkrad dran. Ja. So sieht es jetzt aus. Wir haben schon die nächsten Tüten aufgemacht. Das waren zwei Tüten. Eine, wo kleinere Teile drin sind. Und eine mit den größeren Teilen. Die Scheiben finde ich ganz cool. Also schon zusammengesetzt hier. Leider auch wieder leicht zerkratzt. Aber so orangene Scheiben mit schwarzem Rand. Die sehen schon cool aus. Gefallen mir. Gut. Dann mache ich jetzt. Ähm. Ja. Da brauche ich auch das Netz. Gucken wir uns das mal einmal an. So. Das ist das Netz. Na ja. Mal gucken, wie das funktioniert. Dann machen wir jetzt weiter. So. Wir sind in Schritt 19. Und bisher haben wir jetzt hier vorne noch ein bisschen weiter aufgebaut. Hier Fenster. Hier hinten ein Gitter herangesetzt. Und jetzt haben wir hier diese Kanone gebaut. Also eigentlich, sag ich mal so, ist das nicht mehr. Man kann das rausziehen. Dann stopfen wir das Netz rein. Und dann drückt man glaube ich drauf. Und dann fällt es raus. Ist jetzt meine Vermutung. Aber so hundertprozentig weiß ich das noch nicht. Aber es sieht wirklich so aus. Ähm. Das Ding kommt jetzt hier drauf. So. Okay. Ja. So sieht das aus. Bisher. Und dann machen wir jetzt weiter, würde ich mal sagen. Die ist... Nö. Ist nicht großartig kippbar. Na. Vielleicht ganz klein bisschen nach hinten. Aber mehr auch nicht. Okay. So. Wir sind fertig. Wir haben nur noch drei Schritte weiter gebaut. Dann war es schon durch. Ähm. Gehen wir einmal drauf ein, was wir gemacht haben. Ja. Wir haben jetzt hier diese drei Dinger angebracht. Dann kann sich das drehen. Ähm. Ja. Es rutscht nicht leicht ab. Hier die Räder. Dann haben wir hier noch Grünzeug angebracht. Und diese Gitter. Und die Kanone haben wir noch diese Seiten rein gepackt. Hier haben wir noch Grünzeug rein gepackt. Hier das Mutterteil drauf. Hier noch ein bisschen. Hier ein Gitter vor das Fenster. Oder vor die Scheibe. Hier noch ein Gitter für die Kühlerhaube. Könnten wir runterklappen. Mit zwei Scheinwerfern dran. Und das war's. Fährt jetzt nicht so, dass man ihn anstoßen könnte. Wie ihr seht. Dafür drehen sich die Dinger hinzu wenig. Man kann ihn aber so fahren lassen. Das geht. Aber ich habe jetzt mal das Netz in die Kanone gesteckt. Wenn man das jetzt schnell rausschießt, dann passiert das. Ja. Also. Wupp. Dann kann man das spielen. Wupp. Wupp. Und wenn man jetzt den Verbrecher, eigentlich wenn man den Affen fangt. Bob. Dann hat man ihn gefangen. Ja. Also. Ja. Ich hätte gedacht, dass etwas ein bisschen rausgeschossen wird. Aber das tut es nicht wirklich. Also man drückt es hier eigentlich nur rein. Und wenn man dann drauf drückt. Na gut, jetzt ist so ein Stück geflogen, wie ihr seht. Okay. Also man kriegt es sogar hin, ab und zu. Machen wir noch einen dritten Versuch. Na gut. Wenn man es mit Schwung macht, dann fliegt es raus. Aber es entfaltet sich natürlich nicht. So. Amy kommt jetzt zum Abschluss nochmal. Hallo Amy. Willst du dich den Zuschauern zeigen? So. Dann haben wir hier den Affenwald. Da habe ich den Affen reingesetzt. Er müsste hier fahren. Wupp. Ähm. Ähm. Den jetzt hier rein zu setzen. Ich probiere es mal. Ja. Es ist nicht viel Platz, ne. Also man kann hier auch nichts aufmachen. Es ist nicht einfach. Also, ne. Das ist definitiv nicht einfach den da rein zu setzen. Ich kriege es jetzt so. Also es sind zwei Noppen. Aber diese beiden Noppen, oder vier Noppen mal nicht, zu treffen, ist jetzt nicht wirklich einfach. Ich versuche es noch einmal. Ne. Kriege ich nicht hin. Okay. Dann muss er so komisch schräg da drin sitzen. Hier haben wir den Polizisten mit seiner Waffe, der die Affen beschützt. Und dann war es das. Wir haben ein paar Teile übrig. Die hier. Gar nicht mal so kleine. Ein Gittertor. Eine zweimal Achter. Und noch ein paar kleine. Und das war's. Ähm. Also ich finde, er sieht ganz witzig aus. Aber er ist jetzt nicht perfekt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also weil er rollt nicht von alleine. Also das ist sehr schwerlich hinten mit diesem Ding. Aber sie drehen sich. Man kann ihn fahren lassen, wenn man ihn... Und er quietscht dazu. Ähm. Die Kanone. Ja. Kleiner Spielwert. Muss man dann eben selbst entfalten, das Netz. Ihn jetzt hier reinsetzen. Ich krieg's nicht hin. Kinder vielleicht mit kleinen Fingern kriegen's vielleicht hin. Ähm. Gut. Ja. Das war's. Äh. Ich sag mal so. Mittelmäßiges Set. Würde ich mal behaupten. Jetzt nicht äh. Herausragend. Auch nicht wahnsinnig schlecht. Also so bewegt sich im Mittelfeld. Ähm. Ähm. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet. Findet ihr das gut? Findet ihr das super? Oder findet ihr die Punkte, die ich jetzt so ein bisschen gedannt habe, auch ein bisschen negativ? Schreibt das doch einfach mal rein. Und äh. Einen Daumen hoch oder ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ihr kriegt jetzt im Anschluss noch Bilder gezeigt. Die findet ihr aber auch nochmal unten ähm in der Videobeschreibung. Genau ähm so wie ein Kauflink findet ihr auch ähm wo ich es gekauft habe. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss. Bis dann. Tschüss. Schüss. oi Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020